Hey, hey, hey! Puh, was für ein Match! Was für ein Mann! Versiert in allen Standard-Tänzen, wer hätte das gedacht? Bestnote für Strafraumbeherrschung, Straßlage und Technikprogramm. Und dann hat er noch die Nerven gehabt, kaltfühlig zu verwandeln. Da dies da unten eine Auszeit nimmt, ist Zeit da für eine Lettion. Das sind doch deine Worte! Geile, alte, geiles, schwang Gestell! Ja, ich meine dein Gestell und Kuchen an der falschen Stelle. Also pass in deinen eigenen Kuchen den Körper wieder an und siehst du, dass dein Getränke bauen. Schnell Geschichte wird aufgepasst, Fick-Schlitzer! Standard ist nicht mein Standard. Was ich will ist zum Beispiel Schubkabel, Klinikum oder wenigstens Boxschleuchten. Komm her, ich kann's dir beibringen, ganz einfach zeigen, ich bring's dir bei. Auch dir kann ich es beibringen, es dir erklären, du wirst es lernen. Stopp, 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 mein Freundchen! Hier liegt ein Irrtum vor, mach die Kippe wieder aus! Und steck deinen Kopf nicht innen sein, sondern hierher zwischen meine Beine. Musik 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 Tu endlich was oder bleibst für heute! Bei Vanillesex, wenn es bei wembleibt, werden wir getrennte Wege gehen. Traust du dich nicht weiter? Ist das alles, was du tun kannst, wenn es wirklich alles ist? Werden wir ein Problem haben, bevor wir das haben? Komm her, ich kann's dir beibringen, ganz einfach zeigen, ich bring's dir bei. Auch dir kann ich es beibringen, es dir erklären, du wirst es lernen. Ich verstehe dich wirklich nicht. Ich sehe auch das Problem nicht. Es war doch immer geil mit uns beiden, oder? Ja, fand ich. Und ich finde dich auch immer noch total scharf. Ja, das ist auch schön für dich. Aber ich bin irgendwie ziemlich gelangweilt, muss ich ehrlich sagen. Gelangweilt? Ach, die arrogante Tour, oder was? Also bei mir hat es immer keine beschwert. Willst du auch nicht verstehen, was? Ich kann immer noch... Ach, da träumst du von, was ich kann. Ja, genau, da träum ich von. Verpiss dich, du nervst mich. Hey, wenn du mir auf die Tour kommst, bitteschön. Ja, genau, raus. Das kannst du mit einer anderen durchrechnen, aber nicht mit mir. Komm her, ich kann's dir beibringen, ganz einfach zeigen, ich bring's dir bei. Auch dir kann ich es beibringen, es dir erklären, du wirst es lernen. Komm her, ich kann's dir beibringen, ganz einfach zeigen, ich bring's dir bei. Auch dir kann ich es beibringen, es dir erklären, du wirst es lernen. Komm her, ich kann's dir beibringen, ganz einfach zeigen, ich bring's dir bei. Auch dir kann ich es beibringen, es dir erklären, du wirst es lernen.